ja 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 Hallihallo Moin Leute willkommen zurück zu Part Nummer 3 von Sellerschnuffseller Ocarina of Time und im letzten Part haben wir die oberen Ebenen alle abgeschlossen sind jetzt nach vorletzt Nebene kurz vom Boss und ich würde sagen wir gehen weiter und wie am besten erstmal den aktivieren zack Befindest du dich im Wasser kannst du tauchen indem du gedrückt hältst ja finde ich aber es gibt einen Trick den kann ich ruhig mal zeigen den wusste ich selber auch noch nicht und zwar stellen wir uns einfach hier an die Kante und fahren zurück und schaffen es nicht fahren zurück und springen dann mit einem Rückwärtssalto darüber da ich das aber nicht geschafft habe aktive ich jetzt einfach den Schalter und hoffe dass es noch funktioniert also dass die Zeit nicht zu sehr rum äh nicht dass der Timer passend ist dass das Ding wieder zurückfährt und wir drüber können wow wow ähm ja das ist doch mal kaputt ähm ja das ist doch mal kaputt theoretisch hätte ich das auch ja ich weiß wie man einen Block schiebt na wie du brauchst du mir jetzt grad nicht erklären wenn ich was anderes erklären will äh ja 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 ich weiß lasst mich bitte danke danke normalerweise hätte ich den nur ein Stück schieben müssen oder einfach hinaufklettern können und dann an der Spinne vorbeispringen können aber das wäre auch wieder so ein in dem Sinne Glitch oder Trick wie man es nennen will ok und das möchte ich nicht so und hier müssen wir die Dings aktivieren die Fackeln ach guck mal hier hätten wir auch noch Dekostäbe hergekriegt egal Tab 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 und da sind Rubine und da auch du bleibst noch schön da oben so noch ein Ding wo es dahin geht weiß ich jetzt schon da geht es zu einer scultura aber da will ich jetzt nur nicht hin deswegen gehen wir es gehen wir es mal so lang wie wir lang gehen müssen und zwar hier runter die sculture die können wir uns auch noch ein anders holen denn dafür brauchen wir erstmal eh das andere item noch was wir momentan nicht besitzen zwar die bombin also von daher lohnt es sich nicht das schon aufzumachen also nicht wirklich weil es geht noch viel einfacher hinterher deswegen die mit sie weiter du willst uns bestimmt deco es zu geben und deco starb und du bestimmt auch die kundes so hier gibt es auch ein trick sollte man aber am besten jetzt juckt es mich auch noch sondern am besten Prozent nun probieren wenn man ihn wirklich kann und am besten selbst jetzt da ich dies nicht mache sondern immer nur wenn ich die aufgaben Session beendet habe lass ich lieber und ja ich würde sagen jetzt schieben wir erstmal Stein hier runter springen hier runter und jetzt hätte man auch die scultura einfacher holen können einfacher holen können aber naja wir haben es auf umständliche art und weise gemacht und jetzt gehen wir hier hoch rollen uns einmal hier rüber und lasst uns runterfallen holen uns noch ein Herz ich habe gesagt holen uns noch ein Herz die Herzen sind dafür da wenn man zu dumm ist das hier zu schaffen zwei drei eins rechts wohl links aber die goldene Mitte zuerst woher kanntest du unser Geheimnis bist du ein hellseher so sei es denn ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten Spinnenkönigin alles klar um sie zu vernichten solltest du die Früchte des Baumes nutzen ein Gegner der sich nicht bewegt lässt sich leichter bezwingen vergib mir Königin Schande über mich und meine Brüder Spinnenkönigin nun mal zur Feststellung es ist eine Spinnenkönigin okay warum auch nicht ich würde sagen wir spielen jetzt noch bis zum Gespräch mit dem Tekuma weil der Bosskampf der dauert eh ein bisschen und da ich die Videos nicht mehr ganz so lange halten will wie damals machen wir jetzt einfach den Bosskampf und dann gucken wir weiter wie langs äh wie spät also wie viel Zeit dann verstrichen ist und ja passt dann schon ne dann lassen wir uns mal reingehen und gucken oh die Tür ist zu und nun hallo 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 da ist sie die Spinne gepanzerter Spinnenparasit Goma so das ganze müssen wir jetzt 3-4 mal machen es gibt auch einen Trick man betäubt die und bleibt dann in der normalen Sicht und hält R gedrückt weil macht Blink ja diese Stichattacke wie ich es vorhin bei der Skulltoller gemacht habe aber ich mache es mir einfacher warte jetzt bis sie ihr Auge rot macht schießt dann auf sie damit halbe ich sie damit oh zwei Runden sogar nun ok läuft 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 richtig und ich habe gerade Frames Einbrüche da ist das Herzteil und das Herzteil gehört uns ein Herz ok ein Herzcontainer Herzteile sind halt die die nur die Leben weil die Herzen wieder auffüllen so ein Herzcontainer die Energie leistet erweitert sich um ein Herz deine Energie wird aufgefüllt läuft ich habe gar keine Energie verloren ok und ja ich würde aber wiederum sagen klar der Part geht nur 10 Minuten allerdings will ich die nicht mehr ganz lang halten und da ich weiß dass das ein lange Cut ziehen wird würde ich sagen gehen wir jetzt noch nicht dadurch sondern erst im nächsten Part ja es ist genauso wie damals ich beende den Part nach dem Bosskampf ja es ist schön wieder damalige Sachen an damalige Sachen erinnert zu werden ja wie gesagt alle asozialen asozialen genau alle sozialen Netzwerke das kommt jetzt daher weil ein Kumpel asozialin stehen hat obwohl er soziale meint egal alle sozialen Netzwerke findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung ich würde sagen im nächsten Part reden wir dann mit dem Dekobaum also dann also dann Freunde haut da rein euer Marci bis dann und ciao auf 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 Vielen Dank.